okay game hero wir werden keine freunde dass das gibt rache das recht sich gut gut okay das schlimme ist ich wird ganz gern mal eine andere engine entwickeln aber ich darf nur nicht oder mit wickeln mal ein spielebericht warum denn nicht ich meine woran hat es denn jetzt genau gehabert wir müssen uns ja auch mal schlau machen ein bisschen rezeption betreiben als ein bisschen auf die kunden eingehen und fragen was hat euch nicht gefallen hätten vielleicht noch ein paar lederhosen mit rein sollen gameplay okay die leute wollen in erster linie gameplay in einem text adventure of game ja ja dass das ist total nachvollziehbar ja okay nie darf ich gut schwierig schwierig was nehmen wir denn transport transporte klingt ganz gut ich will du auch transporte du überträgst zum beispiel deine eigenen kranken wahnvorstellungen mit gott komplex auf eine arme stadt in der jede menge leute ohne ahnung von dem leben was du mit ihnen vor hast einfach mal so den strom abschalten die gasleitung überfluten gut zähl auf die stadt loslassen und ähnliches ja 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 ich finde der vergleich der passt ja doch doch also wir nehmen eine simulation pc transporte wie nennen wir denn das ganze wir orientieren uns an großen klassikern der moderne autor 2000 x denn wir wissen alle in den 80ern war es modern eine beliebige anzahl von tausendern durch ein x auszutauschen so text basiert 2d grafik wir können uns ja nichts anderes leisten in vento ich habe euch auf dem kika ihr werdet keine armen emigranten aus italien für eure werbezwecke missbrauchen nicht solange ich hier bin denn ich bin der erste der das tun wird ähm story quest ne gameplay engine äh äh das ist grad so ein ding story eher weniger ähm engine würde ich eher sagen oder gameplay ähhhh ich würde sagen eher gameplay mal gucken was bei rumkommt es ist es ist so ein gefühl bei mir dass eher das gameplay im vordergrund liegen wird na mal abwarten mhm 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 ich sollte nicht hapern so also da sollten wir eigentlich relativ was gutes bei äh herausbekommen ja gut also sind wir mal ganz ehrlich gucken wir uns mal so modernen spiele an wie das im city flop also ki gab es da keine da gab es eine riesengroße paywall und dort war es sound ja ja also wenn ich da so ein paar stunden an meinem imperium basteln möchte ich nicht dass mir die ohren wegfliegen ahhh ja ja doch müsste hin hauen ich meine du musst auch hören dass die stadt lebt du musst mitbekommen ja hier ist gerade stau und wochenende und feierabendverkehr also das musst du richtig fühlen oh oh nö nicht der Brotkasten böse Konkurrenz ich mag nochmal fertig raus gib mich ja ja Reichtum Macht Ruhm Nougat mehr Nougat Nutella Nussbli ja ich esse Nussbli lieber gerne oh ja das wird gut das wird so gut mhm hu 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 ja ja gib mir die 10 gib mir die 10 ja na ach das ist auch ganz ok 10 10 10 10 10 10 mhm 10 10 10 10 ihr habt euch doch alle abgesprochen jetzt kommt ja auch noch mit der 8 ach das will ja ja gut wir sind uns zu fein ihnen eine 10 zu geben einfach nur weil wir stinken und von ihnen Geld möchten ja so läuft das wirklich in der Spieleindustrie nicht andersrum hm ich werf hier wieder Dinge in den Raum hm hm ich will aber hm Manno hm 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 krankenhaus klingt auch ganz gut da 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 ah uah hm 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 um uuuhh ne Auftragsarbeit das ist gut damit können wir uns ein bisschen was verdienen vor allem können wir uns ein bisschen hochleveln ja warte mal ähm Auftragsarbeit Also es ist immer ganz praktisch wenn man so ein bisschen was in der Hinterhand hat vor allem man macht halt auch sehr viel Erfahrung damit sollte man nicht unterschätzen Programmfehler bereinigen ja das kann nicht schaden schade ich habe mir doch jetzt gerade ein bisschen mehr zugemutet als gewollt schade aber das gehört am Anfang immer dazu man merke immer der Höhenflug ist immer vorhanden das Ego steht einem immer im Weg bei so etwas man sollte es klein angehen mit etwas Nettem ich sollte den Finger von Auftragsarbeiten nehmen weil ich damit so eh wieder verkacken werde so erst mal ja Krankenhaus Rollenspiel PC so schwierig wie nennen wir jetzt unser Meisterwerk also ein Krankenhaus mal überlegen was gab es da so Scrubs Emergency Room schwierig schwierig also bei Krankenhaus Rollenspielen darf ja auch nie so die romantische Komponente fehlen also der Chefarzt verliebt sich unsterblich in eine krebskranke Bergziege die sich für einen Menschen hält solche Sachen eben also da muss Leidenschaft mit rein also man muss sie direkt sehen okay hier geht es um Liebe um Leidenschaft um Gefühle 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 um einen Sturm der Leidenschaft Perfekt ich bin ein wahres Genie Text basiert 2D Grafik wir gehen jetzt mal tatsächlich auf Grafik ich meine ihr müsst hier auch das Zuckerschneckchen sehen können ne so dieser fesche fesche Doktor mhm ein bisschen weniger Engine ein bisschen Story Gameplay ja ja doch weißt du also wenn wir so ein paar Hochglanz Polaroids einarbeiten von so einem jungen George Clooney im Chefarztkittel also da werden schon ein paar Fans richtig richtig steil abgehen glaube ich also ich kenne doch die Zielgruppen ne so ja vor allem es braucht Deep Shit Dialoge also mhm das das muss richtig brezeln wenn man mit den Leuten mitfiebern möchte und nicht so diese RTL Niveau Schiene so nach dem Motto oh Heiko ich sterbe nun oh ja du hast recht du schaust mir das ist auch schon so schlecht hab ich gerade Michael Mittermeier zitiert oh Gott ja ja ich bin eingerostet reib's mir in die Nase ich hab schon mal lustigere Sachen gebracht äh ich weiß ich weiß wann ich zum alten Eisen gehöre also kein Mitleid also schieb mich auf die Resterrampe zu den belanglosen Leuten ich ich kann damit leben ich komm damit klar ich komm damit nicht klar so ähm Spielweltdesign Grafik äh es ist naja es äh ja ja wir wollen ja jetzt nicht an der Grafik geizen wir wollen ja schließlich auch dass die Leute was Schönes zum Gucken haben ne ja das das sieht gut aus das nehme ich so und nun Reichtum Macht und Ruhm ja ja das ist doch sehr schön mhm das Geräusch höre ich gerne yay ab damit und raus dafür oder umgekehrt mhm so und oh 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 Hmm mhm ihr steht nicht so auf ähm mhm äh he he ja äh mhm das 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 war nur ein prank Bro ähm das das richtige Spiel ist noch in der Mache scheiße Ich hätte vielleicht doch ein bisschen weniger auf Grafe gehen sollen. Ein bisschen mehr in das andere. Aber gut, es gibt eine Fanbase dafür. Das ist schon mal etwas. Ich will aber, Menno. Das dauert aber auch immer so ewig lang, bis du an 50 Forschungspunkte kommst. Vor allem, wenn ich den Scheiß immer wieder für was anderes rausbammer. Gut. Gut, also, ja, Tanz. Ich weiß ja nicht. Ja. Haustiersimulation, klingt gut. Simulation, oh, warte mal. Können wir uns das eigentlich gerade leisten? 215.000, komm. Wir holen uns eine Lizenz. Wir denken jetzt mal um, äh, wir probieren es nochmal mit Ninjas. Und zwar als, ähm, ja, als was eigentlich? Edgen, Edgen. Also Edgen hat auf der Ness immer gut funktioniert. Also, ja. Ha, ist jetzt nur die Frage. Ähm, äh, äh. Das klingt sehr innovativ und war bestimmt so in der Form noch nie irgendwo Existenz auf dieser Welt. Ich bin und bleibe eben ein genialer Marktstrakist. Ich bin und bleibe eben ein genialer Marktstrakist. Äh, 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 äh. Gott, wie ich diesen Wichser hasse. Ja, die viel bessere Frisur als ich. Oh, ja, ja, Story. Ach, scheiß auf Story. Ernsthaft, habt ihr mal Ninja Gaiden gespielt? Die Hälfte davon besteht aus, oh mein Gott. Oder what the fuck, oder what the, äh, was der Dings da. Was hatte der bei Ninja Gaiden immer gesagt? What the hell? Ich meine, oder? Ah, doch, doch, könnt ihr naun. Nein.